Bei mir wird das Wort Compliance auch hin und wieder auftauchen und ich muss mich auch jetzt schon entschuldigen für den Fall, dass ich den ein oder anderen Anglizismus benutze, aber nach fast acht Jahren in Großbritannien finde ich es manchmal schwierig, die englische Fachterminologie zu verlassen. Ich habe mich bei dem Titel für den Vortrag von Sergio Leone inspirieren lassen, aus zwei Gründen. Beim Erfahrungsbericht aus Großbritannien gibt es, finde ich, eine ganze Menge guter oder zumindest interessanter Dinge, aber auch das eine oder andere, was ich höflich gesagt als schwierig beschreiben würde. Und wir haben außerdem auch noch einen kleinen Showdown, nicht zwölf Uhr mittags, wie es klassisch ist, sondern der 1. April 2016 ist das Datum, das man sich merken muss für, wie ich finde, eine ganz bemerkenswerte Entwicklung im Bereich Open Access. Wie ist der Vortrag aufgebaut? Ich beschreibe zuerst, was in Großbritannien als Journey to Open Access gilt, das heißt die Rahmenbedingungen, die vor allem die Research Fund in Großbritannien setzen. Ich möchte dann am Beispiel von Imperial College London beschreiben, was die konkreten Probleme sind, für eine Universität diese Rahmenvorgebung umzusetzen und wie wir uns dem Ganzen auch nähern. Und kann dann glücklicherweise auf den ersten Daten aufbauen, Teil 4. Es gibt eine ganze Menge Informationen inzwischen über Open Access Publikationen, Kosten des Publikationssystems und Schwierigkeiten, die aus Großbritannien aus den letzten Jahren gekommen sind. Und da möchte ich einiges teilen und dann noch eine kleine Zusammenfassung am Ende bieten. Der Showdown, von dem ich vorhin gesprochen habe, für den gebe ich Ihnen erstmal kurz zwei Zahlen, bevor ich es dann nachher etwas genauer erkläre. Die Herausforderung, die wir als Universität haben, ist bis zum 1. April 2016 auf so nahe als möglich 100% Green Open Access umzustellen. Wenn uns das nicht gelingt, gibt es ein potenzielles Risiko, dass wir 100 Millionen Pfund staatliche Fördermittel verlieren und zwar pro Jahr. Das ist also die Aufgabe, die ich mit meinem Kollegen habe und ich werde es gleich mal erklären, wie es zu dieser interessanten Aufgabenstellung gekommen ist. Erstmal kurz ein paar Informationen über die Universität für diejenigen, die uns nicht kennen. Wir sind zwar in internationalen Rankings normalerweise unter den Top 10 oder Top 20, aber nicht so sehr bekannt wie jetzt die Kollegen in Oxford oder Cambridge. Imperial College ist eine Universität, die sich vor allem auf die STEM-Subject spezialisiert hat. Die größte Fakultät bei uns ist beispielsweise Medizin. Wir haben im Ganzen über dreieinhalbtausend Forscher, die bei uns arbeiten, dazu nochmal über 2000 Mitarbeiter, die dem nationalen Gesundheitsdienst nominell zugeordnet sind, aber auch mit dem College verbunden sind. Und die wichtige Zahl, die Sie sich merken müssen für die Herausforderung, für den Kontext ist, unsere Forscher veröffentlichen ungefähr 10.000 wissenschaftliche Artikel pro Jahr. Monografien spielen praktisch keine Rolle, letztes Jahr waren es ungefähr 50. Und um diese 10.000 Artikel müssen wir uns jetzt eben kümmern. Und die 100 Millionen stehen, um es nochmal in den Kontext zu räumen, im Verhältnis zu ungefähr 830, 850 Millionen Pfund Jahresannahmen, die wir haben. Also nicht ganz unerheblich, auch für eine vergleichsweise gut ausgestattete Universität. Die Reise zum Open Access hat bei uns offiziell, kann man sagen, im Jahr 2012 begonnen. Imperial hat zwar schon einen Repository seit 2008 und seit 2005 verwalten wir auch einen Open Access Publikationsfonds für den Welcome Trust, einen ganz wichtigen Medizinförderer. Aber die Universität selber hat erst offiziell eine Policy im Jahr 2012 erlassen, die theoretisch unsere Kollegen darauf verpflichtet, alle ihre wissenschaftlichen Artikel im Repositorium abzulegen. Ich sage theoretisch, weil die Policy zwar existiert, aber nicht mit sehr viel Nachdruck verfolgt wird. Außerdem hat die Universität seit 2012 einen eigenen Publikationsfonds für Open Access aufgelegt, der am Anfang mit 150.000 Pfund pro Jahr ausgestattet ist. Inzwischen ist es noch ein bisschen mehr angestiegen. Das sind also sozusagen die Rahmenbedingungen, von denen wir uns in dem Bereich Open Access hineinbewegt haben. Jetzt geht es um die Rahmenbedingungen, die uns die Förderer vorgegeben haben. Eine wichtigste Förderer für uns ist der Welcome Trust. Der Welcome Trust hat sich schon seit Jahren sehr intensiv für Open Access engagiert. Und man kann sagen, dass fast alles, was der Welcome Trust gemacht hat, in ähnlicher Form wie anderen britischen Forschungsförderer ein paar Jahre später adaptiert haben. Nicht immer ganz gleich, aber auf jeden Fall orientiert man sich daran. Und der Welcome Trust ist der Vorreiter, der eben schon seit Jahren die CC BY-Lizenz voraussetzt, der seit Jahren auch den Universitäten Geld zur Verfügung stellt, dass Forschungsergebnisse normalerweise über die Gold Route veröffentlicht werden. Was der Welcome Trust gemacht hat, ist, er hat die Verantwortung zum Teil an die Universitäten weitergegeben, indem die Universitäten Zugriff auf im Prinzip unbegrenzte Fördermittel des Welcome Trusts haben. Was auch immer unsere Akademiker publizieren, was mit einem Welcome-Projekt zu tun hat, wird bezahlt. Die Universität kümmert sich aber um die Abrechnung. Und wenn es Probleme gibt, dann klopft der Welcome Trust auch bei uns an. Landesweit haben sie es damit geschafft, die Compliance auf gegenwärtig ungefähr 66 Prozent hochzudrücken und arbeiten weiter dahin, sich eben auf 100 Prozent Open Access Publikationen zuzubewegen. Und der Welcome Trust Fund wird jetzt noch erweitert in diesem Jahr, weil sich verschiedene andere medizinische Charities dem gleichen Fördermodell noch anschließen. Im Jahr 2011 ist dann dieser Herr aufgetreten, David Willits, der bis vor kurzem Minister für die Universitäten für Forschung in Großbritannien war. Gerüchteweise stammt sein Interesse für Open Access daher, dass er, als er selber ein Buch geschrieben hat, immer auf Paywalls gestoßen ist und sich darüber geärgert hat, dass von seiner eigenen Regierung geförderte Forschung für ihn nicht zugänglich ist. Der Hauptantrieb für die britische Regierung kommt aber eigentlich daher, dass neben den ganzen anderen Gründen, die allgemein angeführt werden für Open Access, die britische Regierung sehr stark versucht, die Digital Economy zu fördern und eben der Annahme ist, das Beste, was wir tun können, ist einfach alles Wissen für unsere Wirtschaft frei verfügbar zu machen. Unter der Maxime hat die Regierung 2011 eine Expertenkommission eingesetzt, die sogenannte Finch Group. Die hat 2012 die Empfehlung ausgesprochen, die im ersten Teil sehr positiv aufgenommen wurde, dass alle Forschungsergebnisse, die aus öffentlichen Mitteln gefördert werden, frei verfügbar sein sollen. Der zweite Teil der Empfehlung ist etwas kontroverser aufgenommen worden, nämlich dass idealerweise diese Fördermittel als Gold Open Access veröffentlicht werden sollen, weil es der einzig nachhaltige Weg sei. Es gibt Kollegen, die diese Formulierung darauf zurückgeführt haben, dass zu viele Verlage in der Finch-Kommission waren. Da kann man sich jetzt streiten. Aber das ist jedenfalls offizielle Regierungspolitik geworden seit 2012. Und RC-UK, Research Councils UK, die das Äquivalent zur DFG darstellen, haben das auch sofort in ihre Policy übernommen. Die gilt seit dem April 2013. Und die haben das Ziel gesetzt, dass innerhalb von fünf Jahren alle RC-UK-geförderten Publikationen Open Access sein sollen. Wenn ich sage, alle Publikationen, meine ich normalerweise Forschungsartikel und nicht Monografien. Nur der Welcome Trust arbeitet momentan aktiv an Monografien. RC-UK hat auch festgehalten, dass 75 Prozent dieser Artikel Gold sein sollen, mit einer CC-Bi-Lizenz. Es gibt die üblichen Embargos, die allerdings je nach Fachbereich ein bisschen variieren. Und RC-UK haben sich an Welcome Trust orientiert, indem sie den Universitäten Finanzmittel zur Verfügung gestellt haben und aber auch gesagt haben, es ist die Verantwortung der Universität dafür zu sorgen, dass die Wissenschaftler auch publizieren. Wo sie RC-UK unterscheiden, ist, dass sie die Finanzmittel gedeckelt haben und auf die einzelnen Universitäten zugeteilt haben. Man kann das wahrscheinlich nicht gut lesen, aber um den Eindruck zu geben, die Universität, die am meisten Geld bekommen hat, Cambridge, hat für das erste Jahr 1,15 Millionen bekommen. Wir liegen ungefähr 1.000 Pfund dahinter. Dann kommt University College London, Oxford ein bisschen drunter. Das ist ungefähr die Einstufung des Forschungsvolumens. Die liegen aber alle über einer Million und dann geht es weiter nach unten. Die Universität, die ganz unten steht, die University of East London, hat Geld bekommen, um vier Artikel über die Goldroute zu veröffentlichen. Im ganzen RC-UK im ersten Jahr 17 Millionen Pfund bereitgestellt, im zweiten Jahr gibt es 20 Millionen Pfund und wie viel wir im dritten Jahr kriegen, werden wir wahrscheinlich erst nach der nächsten Wahl sicher erfahren. Aber die Idee ist, dass eigentlich diese Fördermittel ansteigen und die Universitäten stehen unter einigem Druck, dieses Geld auch tatsächlich auszugeben für Gold Open Access. Das ist das, was man allgemein wahrgenommen hat, wenn man sagt, Großbritannien hat sich für die Goldene Route entschieden. Es hat sich jetzt aber alles geändert, zumindest zum Teil, weil eine weitere Organisation aufgetreten ist. Es gibt die Higher Education Funding Council, so eins für England, Wales, Schottland und so weiter, die den Universitäten im Jahr momentan ungefähr 3,88 Milliarden Pfund zur Verfügung stellen. Die Hälfte davon sind Mittel, die sie für die Forschungsförderung zur Verfügung stellen. Aus denen bekommen wir die annähernd 100 Millionen Pfund, die ich vorher erwähnt habe. Und die verteilen diese Mittel nach einer Forschungsevaluierung, dem sogenannten REF. Der REF findet normalerweise ungefähr alle 5 bis 6 Jahre statt. Und in dem REF schicken alle Universitäten Forschung ihrer Wissenschaftler, die sie für die besten halten, zur Evaluierung an. Und nach dieser Forschungsevaluierung werden dann sowohl die Departments gerankt, die Universitäten und die Mittel verteilt. Für die Wissenschaftler ist es ein ganz zentraler Bestandteil ihrer Karriereplanung. Denn wer nicht einer der Wissenschaftler ist, der von seiner Universität mit den Publikationen eingereicht wird, gilt als wissenschaftlich nicht besonders bedeutsam und hat demzufolge wahrscheinlich auch keine großen Karriereaussichten. An den Universitäten gibt es spezialisierte Teams, die strategisch überlegen, was für Publikationen eingereicht werden sollten. Das ist ein jahrelanger, komplizierter Prozess, in dem es eben um Milliardenbeträge geht. Und vor ein paar Monaten hat HEFKE eine kleine Änderung an diesem Prozess eingefügt. Nämlich haben sie verlangt, dass ab 2016, dem 1. April, alle Artikel, die eingereicht werden sollen, als Green Open Access veröffentlicht werden müssen. Es gibt eine ganze Reihe von Detailbestimmungen. Die interessanteste ist, dass die Veröffentlichung drei Monate spätestens, nachdem der Artikel zur Veröffentlichung akzeptiert wurde, passiert sein muss. In vielen Disziplinen und Zeitschriften heißt das, der Artikel wird noch nicht veröffentlicht sein, muss aber bereits in einem Repositorium liegen. Das kann in dem Fall als Closed Deposit passieren, die haben keine Änderungen an Embargo-Periods, aber er muss im Repositorium liegen. Er kann nicht mehr nachträglich ins Repositorium gestellt werden, ist er nicht drin, kann er nicht eingereicht werden und ist für den Forscher und die Universität verloren. Das hat die Folge, dass effektiv sich jetzt alle Universitäten darüber Gedanken machen, wie sie zum 1. April 2016 so nah als möglich an 100% Green Open Access kommen, um eben, wenn 2020 die nächste Evaluierung ansteht, auswählen zu können, welche Artikel sie einreichen. Es gibt keinen Pfennig extra Geld dafür, aber wie man sich vorstellen kann, ist diese ganzen Artikel durch die Pipeline des Repositoriums durchzuziehen, selbst wenn man sie alle hat, nicht ganz unerheblicher Kostenaufwand, da sage ich auch noch was dazu. Insofern wird allgemein sehr viel gejammernd und geklagt. Man kann aber auch einen Schritt zurücknehmen und sagen, naja, es wird schwierig, aber es positiv betrachten, wenn das mal tatsächlich funktioniert, dann haben die Universitäten und die Wissenschaftler damit Kontrolle über ihre Outputs in der Art und Weise, wie sie es vorher eigentlich noch nie hatten. Insbesondere, wenn die Artikel mit der richtigen Creative Commons Lizenz im Repositorium liegen, dann können sie eben auch für die Lehre und die Wissenschaft genutzt werden, der Art, wie das nicht bei allen Verlagspublikationen automatisch der Fall ist. Ja, das ist also das Problem, mit dem wir uns beschäftigen müssen und jetzt bewege ich mich ein bisschen auf unsere Lösung zu, wenn man so will. Erstmal einen kurzen Überblick über das Projekt. Man kann das wahrscheinlich im Detail nicht lesen. Die wichtige Information, die man hier rausnehmen kann aus unserer Projektstruktur, es gibt eine übergeordnete Steuerungsgruppe, in der neben dem Kanzler der Universität, Fakultätsdekan und anderen hochrangigen Wissenschaftlern, Bibliotheksdirektor und auch die Direktorin des Research Office, Senior Planning Officer und eine ganze Reihe der wichtigsten Vertreter der Universität sitzen. Das heißt, es ist hoch angesiedelt in der Universität schon seit 2012. Es gibt dann noch eine kleinere Executive Gruppe, die sich mit der Umsetzung der Strategie befasst und dann alles weitere, was hier unten aufgebaut ist, ist unsere Open Access Implementation Group, die tatsächlich auch eigentlich mehr oder minder die gesamte College-Struktur übersteigt. Das heißt, es gibt Mitarbeiter im Research Office, die sich um Fragen wie Compliance und Beratung kümmern. Im College Headquarter und bei den Strategic Research Managern gibt es Kollegen, die sich eben um strategische Forschungsfragen kümmern. Im Bereich der Kollegen von der IT haben wir theoretisch Zugriff auf Entwickler und auch Business Analysten, wenn wir sie brauchen. Diese Leute sind alle nicht formell dem Projekt zugeordnet, sind also keine Vollzeitstellen, aber es ist die Struktur der Leute, die wir eben heranziehen, wo und wann wir sie brauchen. Der größte Anteil ist in der Bibliothek. Auch da ist es so, dass nur einige Kollegen wirklich Vollzeit mit Open Access arbeiten. Also unser Teamleader für Education Research Support bringt wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent mit Open Access. Wir haben einen Open Access Fund Manager und einen Open Access Support Assistant. Aber es gibt doch da noch eine ganze Reihe anderer Bibliothekare, die mit dem Projekt verbunden sind. Das ist also keine kleine Operation, die wir da am Laufen haben. Das Projekt ist in grob vier Phasen unterteilt. Die erste Phase haben wir gerade mehr oder minder abgeschlossen, da wir gesagt haben, wir müssen erst mal unsere internen Systeme eigentlich auf Vordermann bringen. Das heißt, das Repositorium muss ansprechender aussehen. Wir müssen auf die neueste Version von D-Space Upgraden, da arbeiten wir gerade dran. Wir brauchen mehr und besser ausgebildete Leute, die Support machen können. Alle Webseiten sollten überarbeitet werden und im Ganzen brauchen wir einen besseren Workflow, um in der Lage zu sein, mit eben Tausenden von Open Access Artikeln fertig zu werden. Wir sind jetzt gerade in der zweiten Phase, in der wir vor allem den Schwerpunkt setzen werden auf Kommunikation mit den Wissenschaftlern und eben auch uns in Planung auf diese REF-Policy zuzubewegen. Irgendwann nächstes Jahr werden wir dann versuchen, diese Policy schon frühzeitig zu implementieren, um zu sehen, wie es läuft und gegebenenfalls auch gegenzusteuern. Und der ambitionierte Plan ist, dass ab 1. April 2016 Open Access Business as Usual ist und als extra Projekt dann erledigt. Ob das klappt, wird sich zeigen, aber zumindest ist das das Ziel, auf das wir hinarbeiten müssen. Was sind die Optionen für Open Access bei uns am King's College? Generell sagt die Universität, wir präferieren grün, aus dem ganz einfachen Effekt, dass wir uns Gold nicht leisten können für alle Publikationen. Green gibt es bei uns dadurch, dass die Akademiker durch Symplectic Elements, das ist unser Forschungsmanagement-System, in dem sie ihre Artikel verwalten, den Artikel hochladen, er kommt von da aus in unser D-Space-Repositorium und von der Bibliothek unterstützt. Für Gold Open Access haben wir eine Reihe von Optionen. Wenn jemand besonders glücklich ist, muss er nicht zahlen für Gold Open Access. Das passiert bei unseren Akademikern aber selten. Möglicherweise haben sie Geld in Projektmitteln, wie von der EU. Und für alle anderen Fälle haben wir eben diese Publikationsfonds, wie schon erwähnt, ab diesem Jahr jetzt ungefähr 1,3 Millionen Pfund von RCE UK. Welcome Trust zahlt unbegrenzt. Und unser eigener Publikationsfonds ist für dieses Jahr auf 650.000 Pfund aufgestockt worden. Es gibt fast keinen Uptake prozentual gesehen von Green Open Access, also ganz niedrige Prozentzahlen. Aber für Gold Open Access haben wir tatsächlich einen steigenden Uptake bei unseren Wissenschaftlern. Das ist das, was wir unseren Wissenschaftlern vor die Nase halten müssen, um zu erklären, welche Optionen im Bereich Open Access sie haben und was grob gesagt nur die allerwichtigsten Policies der Thunder sind. Man muss sich also quasi durch diese ganzen Fragen durchhangeln. Hat man externes Geld? Ist das Journal eins, das eine Goldoption anbietet? Ja, nein. Bis man idealerweise dann dabei landet, dass man auch vielleicht einfach in unserem Repositorium den Artikel ablegen möchte. Oder alternativ eben, wie man veröffentlichen kann, was für Voraussetzungen das Journal mitbringen muss und wo es Geld dafür gibt. Wir haben das mal runtergebrochen in eine Compliance Table für die einzelnen Thunder. Das sind jetzt hier nur mal vier Geldgeber ausgewählt. Und wenn Sie sich das anschauen, werden Sie feststellen, dass es auf der ganzen Liste nur eine einzige Art gibt, wie man publiziert, die mit diesen vier Thundern kompatibel ist. Und die besagt, der Artikel muss sofort, nachdem er von dem Journal angenommen wurde, in ein Repositorium gehen. Er muss sofort völlig frei verfügbar sein und er muss auch noch in Europe PubMed Central abgelegt werden. Das ist momentan das Einzige, was wir machen können, um mit diesen vier Thundern compliant zu sein. In allen anderen Fällen erwischt man immer nur einen. Wenn Projekte von mehreren gefördert werden, müssen wir also mit den Wissenschaftlern zusammen herausarbeiten, was ist denn tatsächlich jetzt die Version, mit der sie zum Ziel kommen, alle ihre Fahnder glücklich zu machen. Wie man sich vorstellen kann, ist das nicht besonders erfreulich, solche Dinge vor Wissenschaftler legen zu müssen. Deswegen versuchen wir ihnen, die Arbeit, soweit es geht, abzunehmen. Aber das eine oder andere müssen sie trotzdem verstehen. Ich habe hier mal versucht, zusammenzufassen, was die praktischen Probleme sind, die wir beim Management auf der Goldseite haben. Bevor ich mich mit den Verlagen befasse, muss man sich natürlich auch an die eigene Nase fassen. Wir haben selber eigene Probleme. Normalerweise werden Rechnungen bei uns innerhalb von 30 Tagen bezahlt. Wenn man den Artikel schnell veröffentlichen will, ist es zu lang. Unsere eigenen Prozesse sind auch nicht so gut, wie sie sein sollten. Und unsere Forschungsförderer sind es auch nicht. Die verwirren mit sich manchmal ändernden und nicht wirklich abgestimmten Policies. Und sie sind auch nicht immer so ganz klar, wie wir eigentlich jetzt überwachen sollen, bis zu welchem Grad sollen wir tatsächlich eigentlich prüfen. Die Hauptprobleme, die wir aber haben, sind mit den Verlagen. Es gibt einen Grund, warum ich das alles rot hervorgehoben habe. Dazu komme ich gleich. Ich will nur mal so ein paar Probleme herausgreifen. Die Wissenschaftler werden verwirrt dadurch, dass sich die Informationen, wie publiziere ich eigentlich Open Access, oftmals nur sehr schwierig auf den Webseiten finden lassen, nicht wirklich knall genug dargelegt sind. Immer wieder mal gibt es noch Journale, die ihre Policies verändern. Das führt weiterhin noch zu Verwirrung. Dann gibt es natürlich auch immer wieder Angebote, Open Access zu publizieren, die aber nicht compliant sind, mit dem wir es unsere Funder wollen. Das passiert relativ häufig. Von der Abwicklung her müssen wir für jeden einzelnen Artikel eine eigene Rechnung bearbeiten. Für hunderte oder tausende von Artikeln ist das nicht besonders effizient. Dazu kommt noch, dass die Rechnungen, die wir bekommen, zum Teil die falsche Adresse haben. Es steht der Titel nicht drauf, den der Artikel hat. Wir erfahren nicht, welche Lizenz angeboten wird. Dann muss man nochmal zurückgehen und nochmal nachfragen, um welchen Artikel geht es da eigentlich. Wir zahlen 5.000 Pfund für welche Creative Commons Lizenz genau. Das weitere Problem ist eben, dass dadurch sich ein ziemlich langer Prozess ergibt, in dem wird der Artikel nicht veröffentlicht. Auch wenn man annehmen kann, dass wir schon nicht weglaufen werden, wir zahlen unsere Rechnungen. Also würden wir hoffen, dass die Verlage vielleicht einfach den Artikel veröffentlicht und uns am Ende des Monats eine Rechnung stellen. Das klappt aber auch leider nicht so, wie wir uns das wünschen würden. Manchmal landen Artikel, für die wir zahlen, als Creative Commons hinter einer Paywall. Das ist auch nicht besonders erfreulich. Und es gibt immer noch Journale, die Color Charges haben wollen und extra Page Charges, was im digitalen Umfeld unserer Meinung nach auch nicht so sehr viel Sinn macht. Warum ist das jetzt alles rot? Ich bin mal durchgegangen und habe alles rot markiert, was vor allem Hybrid-Journale betrifft. Und wenn man mit unseren Kollegen in der Bibliothek spricht, fast all diese Probleme betreffen zwar im Prinzip alle Verlage, aber sie betreffen vor allem die Journals, die Hybrid sind. Denn auch unsere Wissenschaftler sagen das, beim Gold-Journal, man weiß, was es kostet, man weiß, was die Lizenz ist. Normalerweise klappt auch die Rechnungsstellung. Insofern würde ich mir von den Verlagen wünschen, sich etwas mehr von den Kollegen, die Gold-only machen, inspirieren zu lassen. Ich wurde gebeten, ein bisschen was dazu zu sagen, ob wir was machen im Bereich Rahmenverträge und Pre-Payment-Deals. Momentan haben wir keinen für Open Access von der Bibliothek. Es gab mal am Anfang ein paar Experimente, aber unsere Bibliothek ist nicht besonders glücklich, das zu machen. Wir schließen es nicht grundsätzlich aus, aber unsere Sorgen sind vor allem, der Markt wird weniger transparent, wenn wir anfangen, wieder einzelne Deals abzuschließen, von denen keiner genau weiß, was es kostet, geht die Transparenz, die Open Access eigentlich bringen könnte, verloren. Das wollen wir nicht. Das Nächste ist, dass keiner dieser Deals momentan, oder fast keiner, sollte ich sagen, Double Dipping wirklich adressiert. Das ist eine Terminologie, die wir benutzen, wenn wir den Verlagen zum einen Mal Subskriptionen zahlen und zum zweiten für das gleiche Journal dann auch nochmal Open Access Gebühren. Und es gibt immer noch praktisch keine Modelle, in denen wir einen Teil dieses Geldes wieder zurückkriegen. Die Discounts, die man uns angeboten hat, sind üblicherweise nicht besonders prägernd, dafür, dass wir viel, viel Geld zum Teil, Hunderttausende vorab an die Verlage schicken müssten. Und selbst für spezielle Deals, die für einzelne Forschungsförderer ausgerichtet sind, bieten uns die Verlage immer noch an, dass sie den Autoren Lizenzen verkaufen, die nicht compliant sind. Eine weitere Sorge, die wir auch haben, ist, wenn wir solche Deals abschließen, dass das vielleicht als Signal verstanden werden könnte von unseren Forschern, dass sie doch bitte schon in diesen Zeitschriften publizieren sollen und wir dann damit noch zu einer weiteren Marktkonzentration beitragen. Das wollen wir auch nicht. Ich weiß, dass andere Universitäten in Großbritannien solche Deals abschließen, aber es geheim halten vor ihren Forschern, um bloß nicht deren Auswahl zu beeinflussen. Wir sprechen allerdings mit Gold Journals und haben da zum Teil erfolgreichere Signale, bessere Signale bekommen über Angebote, die uns tatsächlich helfen können, zum Beispiel mit der Rechnungsstellung aktiver zu sein. Wir haben uns dann auch bemüht, unsere eigenen Prozesse zu verbessern. Ich will es jetzt nicht im Detail beschreiben, aber im Wesentlichen hatten wir vor einem Jahr eine Situation, in der alles über Spreadsheets abgewickelt wurde, E-Mail, Telefon. Wenn Wissenschaftler wissen wollten, wie ist denn der Stand dieses Antrags, den ich gestellt habe auf Finanzierung, mussten Sie in der Bibliothek anrufen. Die Bibliothek muss dann bei den Finanzleuten anrufen und sagen, haben wir die Rechnung schon bezahlt? Was ist da los? Wir haben seit diesen ganzen Prozessen ein technisches System reingepackt, das wir automatisiert haben. Wenn sich der Wissenschaftler anmeldet, weiß das System, wer ist der Wissenschaftler, was für Fördermittel hat. Der muss also nur noch auswählen. Das ist dieser Artikel, der ist von folgendem Förderer gefördert und dann können wir im System im Hintergrund dann die Zahlung entsprechend abwickeln. Auch die gesamte Kommunikation läuft über dieses System. Das ist so ein klassisches Ticket-Management-System, das man zum Beispiel kennt, wenn man irgendwo eine Support-Anfrage stellt. Das haben wir jetzt also aufgebaut und wir hoffen dadurch, solche Missstände wie, dass wir vorher pro APC, die wir bezahlt haben, acht separate Kommunikationsvorgänge zwischen der Bibliothek, dem Verlag und dem Autor hatten, auf eine deutlich geringere Zahl runterstellen können. Das ist jetzt gerade neu ausgerollt worden und bisher ist es ganz gut angenommen. Das ist ein Screenshot, nur so zur Information über dieses System. Das heißt bei uns Ask Open Access. Das Wichtige, was man sich eigentlich da nur merken soll, ist im Wesentlichen, dass es eine Reihe von Aktionen hier oben gibt, in denen die Bibliothekare den gesamten Arbeitsablauf an einzelne Leute delegieren können. Das geht vom Autor zum spezialisierten Bibliothekar, von dort aus zur Finanz, eventuell wieder zurück zur Bibliothek und bleibt alles in einem System, das das Management deutlich erleichtert. Das nächste Problem, das wir haben, ist uns mit den Workflows von Publikationen auseinanderzusetzen. Momentan ist es eigentlich ganz angenehm. Wenn ein Artikel veröffentlicht wird, haben wir ein Chris-System, Symplactic Elements, das irgendwann aus den einschlägigen Datenbanken herausfiltert, da ist ein neuer Artikel veröffentlicht worden. Wenn die Wissenschaftler sich das nächste Mal einloggen, dann sagt das System, hier haben wir drei Artikel, sind das deine? Und man geht durch und sagt, das ist meiner, das ist meiner, das ist nicht meiner. Und bei jedem, wo man klickt, das ist meiner, geht dann ein kleines Feld auf, wo man seinen Artikel, also das Manuskript reinkopieren kann, man muss keine Metadaten manuell eintragen, gar nichts, drückt auf den Knopf und es geht ins Repositorium. Das ist eigentlich ganz hübsch. Das hätten wir gerne beibehalten, das können wir aber nicht mehr, weil wir jetzt diesen neuen Prozess haben, in dem wir die Artikel schon einsammeln müssen, wenn sie vom Verlag akzeptiert worden sind zur Publikation und zu dem Zeitpunkt weiß natürlich keine Datenbank, dass dieser Artikel veröffentlicht wurde. Also haben wir ein Problem hier. Die Autoren müssen wissen, dass es diese Policy gibt, sie müssen aktiv zu uns kommen, sie müssen uns die Metadaten geben und das Manuskript und dann läuft im Prinzip der gleiche Prozess ab, aber mit ein paar Einschränkungen, wie, dass wir unter Umständen das Manuskript vielleicht erst durch ein Embargo schützen müssen, dass möglicherweise die Metadaten, die wir vom Auto haben, nicht ganz exakt sind und deswegen das System nicht automatisch erkennen kann, wenn der Artikel veröffentlicht ist, dass das tatsächlich der gleiche Datensatz ist. Es gibt also ein Problem, aber das Schwierigste ist, wenn sich die Wissenschaftler nicht daran erinnern, es zu tun, ist der Artikel damit dann futsch für uns. Das ist der Prozess, aus dem wir jetzt hinarbeiten, mit einem Fragezeichen, es ist nicht klar, ob es klappt. Wir haben die Hoffnung, dass man vielleicht die Verlage dazu bringen kann, sobald ein Artikel akzeptiert wird, uns den Artikel und die Metadaten zu geben. Wenn wir die Metadaten idealerweise mit DUI bekommen und auch die Embargo-Daten, könnte man es direkt automatisch einspeisen im System, mit korrektem Embargo und wenn der Artikel irgendwann veröffentlicht wird, kann man über die DUI matchen. Das ist der tatsächlich veröffentlichte Artikel, updatet die Metadaten mit Seitenzahlen etc., alles erledigt. Hat natürlich ein paar Voraussetzungen. Die erste ist, die Verlage müssen bereit sein, es zu machen. Die zweite ist, die Verlage müssen in der Lage zu sein, den Forscher, mit dem sie zu tun haben, mit unserem Forscher zu verbinden. Dafür wollen wir etwas benutzen, was sich ORCID nennt. Das ist ein Identifier für Autoren. Wir haben jetzt gerade ein Projekt am Start, mit dem wir diese ORCID für alle unsere Wissenschaftler verfügbar machen, bis Ende des Jahres. Löst aber nicht das Problem, dass die Verlage immer noch uns diese Daten zur Verfügung stellen müssen. Wir arbeiten deswegen mit GISC in Großbritannien zusammen, die einen Publications-Router haben. Die Idee ist, ein Pilotprojekt aufzubauen, wo die Verlage die gesamten Daten in ein System einspeisen und die Universitäten mit der Schnittstelle, die für ihre Systeme passt, die Daten wieder rausziehen. Ob es technisch klappt, ob es im Rahmen der Zeit, die wir haben, klappt, und ob die Verlage mitmachen, ist alles nicht klar, aber wir wollen es mal versuchen. Was wir außerdem noch versuchen wollen, ist über neue Lizenzmodelle nachzudenken, die uns vielleicht erlauben, den Artikel direkt ohne Embargo, wenn er noch nicht mal veröffentlicht ist, in unser Repositorium reinzustecken. Das ist ein bisschen sehr spekulativ, aber trotzdem noch kurz was dazu sagen. Wir haben uns gefragt, was kann man machen, um diesen ganzen Prozess besser zu gestalten? Wäre es nicht großartig, wenn die Autoren selber volle Kontrolle über ihre Inhalte hätten, auch nachdem sie einen Vertrag unterzeichnet haben? Und wenn wir nicht mehr checken müssten, was sind die Open Access Policies, was sind die Embargos? Es gibt zwei potenzielle Wege. Das eine ist, was man bei uns als Edinburgh oder als Spark Addendum bezeichnet. Der Autor unterschreibt einen kleinen Zusatzvertrag, den er dem Verlag mitschickt und er sagt effektiv, wenn du meinen Artikel veröffentlicht, gibst du der Universität das Recht, ihn sofort ins Repositorium zur Stellung weltweit zu verbreiten. Edinburgh macht das, allerdings nehmen es nicht sehr viele Wissenschaftler an, weil die Sorge ist, an der Verlag veröffentlicht dann vielleicht mal einen Artikel nicht. Das andere Modell, das wir vielleicht nutzen könnten, ist eine Policy, wie die Universität von Harvard sie hat, wo die Universität schlicht einfach sagt, wir beanspruchen das Recht, alles was veröffentlicht wird, weltweit das zu verbreiten. Wir geben dieses Recht auch unseren Autoren. Die Frage, die sich jetzt stellt ist, ist das Recht nicht möglich in Großbritannien? Unsere Rechtsabteilung sagt, es ist möglich. Die nächste Frage ist, kreuzigen uns unsere Wissenschaftler, wenn wir es ihnen vorschlagen, weil sie Sorge haben, der Verlag wird uns nicht mehr akzeptieren, wenn wir das machen. Und das ist ein Gespräch, das wir jetzt gerade angefangen haben. Ich kann nicht sagen, ob es klappen wird oder nicht, es gibt eine ganze Reihe Sorgen, auch wenn wir als einzige britische Universität jetzt vorpreschen, macht uns das nicht Probleme, aber zumindest sind es Ansätze, über die wir jetzt nachdenken, denn die Zeit, die wir uns sparen können, wenn wir uns nicht mehr mit Embargos und anderen Dingen rumschlagen müssten, die kann ich in konkrete Stellenzahlen übersetzen. Und da kommen wir jetzt auch gleich mal dazu. Wir haben uns mal angeguckt, was ist das alles für ein Aufwand? Ich kann ungefähr sagen, dass einen Artikel grün zu machen, nur ein Drittel des Zeitaufwandes bedeutet, davon einen Artikel gold zu machen. Das ist eine grobe Schätzung, aber das hat vor allem damit zu tun, mit den ganzen Problemen bei der Rechnungsstellung. Und wenn wir uns angucken, wie viel Zeit die Forscher darauf verwenden, dann brauchen sie auch ungefähr zweimal so viel Zeit, alle Informationen bereitzustellen und zu finden, um Gold zu machen wie ein Deposit. Man kann jetzt mal ein paar Szenarien durchrechnen und ich muss sagen, das sind nicht unsere exakten Zahlen, ich habe das deswegen hypothetisch genannt, aber es orientiert sich an Zahlen von unserer Universität und anderen, wenn man sagt, wir brauchen eine halbe Stunde, um etwas ins Repositorium zu stellen, anderthalb Stunden, um die goldene Route zu beschreiten. Und wir zahlen im Durchschnitt 1750 Pfund für einen Artikel, das ist ungefähr die Durchschnittszahl, dann kann man sagen, wenn wir versuchen würden, den gesamten REF-Prozess zu unterstützen, brauchen wir wahrscheinlich ungefähr vier neue Vollzeitmitarbeiter. Wenn wir das machen würden und sagen wir mal 40% Gold Open Access noch oben drauf schichten, wie das die Vordere wollen, dann brauchen wir sechs neue Vollzeitstellen und sieben Millionen Pfund. Und wenn wir 100% Gold Open Access machen, dann brauchen wir zehn neue Vollzeitstellen und 17,5 Millionen Pfund. Woher die 17,5 Millionen Pfund kommen sollen, ist nicht so ganz klar und der Zeitaufwand für die Wissenschaftler ist in diesen Zahlen auch nicht ganz eingerechnet. Man versteht also hier, warum es doch einige gute Gründe gibt, skeptisch zu sein über Gold Open Access. Im Schlussteil will ich jetzt ein paar dieser Zahlen nochmal zusammenfassen, die von anderen Universitäten gekommen sind. Das, was ich jetzt hier hatte, waren vor allem unsere eigenen Zahlen und auch ein bisschen nochmal auf die Kosten eingehen. Eines der Hauptprobleme in Großbritannien ist, dass es praktisch keine Transparenz gibt, denn die Verträge, die wir abschließen mit den Verlagen, erlauben uns nicht, öffentlich zu machen, wie viel wir für Subskriptionen bezahlen. Ich kann auch heute nur deswegen sagen, wie viel Imperial College an LCW bezahlt, weil Tim Gowers, ein Mathematiker aus Cambridge, eine Informationsfreiheitsanfrage an die führenden britischen Universitäten gestellt hat, um sie zu zwingen, öffentlich zu machen, wie viel Geld sie an LCW zahlen. Wir sind die Universität, die den zweithöchsten Betrag an LCW im Jahr zahlt, über 1,3 Millionen Pfund. Man kann diese ganzen Sachen dann zusammen addieren, University College London zahlen noch ein bisschen mehr. Das hat jetzt eine ganze Menge Fragen aufgeworfen, wie, warum zahlen die 30 Prozent weniger als wir? Was kriegen die anderen? Diese Diskussionen gehen natürlich jetzt in die Verhandlungen über Subskriptionen ein, aber es haben auch einigen Forschern bei uns Augen geöffnet, die bei uns gesagt haben, ihr zahlt LCW über 1,3 Millionen Pfund, um die Artikel lesen zu können, die wir und unsere Kollegen geschrieben haben. Das muss sich ändern. Aber wir haben noch weitere Daten bekommen. Der Welcome Trust hat jetzt Datenverfügung gemacht über die APCs, die sie im letzten Jahr gezahlt haben. Wir haben die Daten einfach auf Fiction abgelegt. Die Open Access Community hat eine Woche lang daran gearbeitet und die Daten bereinigt. Das sind also eine ganze Reihe Blogposts jetzt geschrieben worden. Ich habe hier mal einen rausgegriffen von Michelle Brook von der Open Knowledge Foundation. Die hat eben also festgestellt in der Gesamtanalyse, der Welcome Trust zahlt 3,88 Millionen Pfund im Jahr für Open Access. Davon gehen 3,17 Millionen Pfund an Hybridzeitschriften, für die wir sowieso schon Subskriptionsgebühren zahlen. Das sind also 82 Prozent des Geldes im Bereich Open Access fließt an Hybridzeitschriften. Der Welcome Trust hat sich das alles noch weiter angeguckt und hat bei der Analyse dann festgestellt, dass für 7 Prozent der Artikel, für die er gezahlt hat, er nicht das bekommen hat, wofür er gezahlt hat. Es gab also Probleme wie Open Access Artikel behind paywalls oder es wurde nicht in Europe Upmed Central abgelegt. Die Lizenzinformationen waren falsch oder im PDF stand Copyright, auf der Webseite stand Creative Commons. Also 7 Prozent. Was den Welcome Trust aber noch viel mehr besorgt hat, ist, dass tatsächlich eben 82 Prozent des Geldes in Hybridjournale geht. Und die versuchen jetzt auch tatsächlich sich zu überlegen, wie können wir unsere Policy ändern. Ursprünglich haben sie dieses Geld für Hybride zur Verfügung gestellt, damit die Verlage umstellen. Nach der aktuellen LCW Hochrechnung, nach der aktuellen Welcome Trust Hochrechnung, wenn LCW mit der Geschwindigkeit auf voll Open Access umstellt, wie sie es bisher gemacht haben, sind in tausend Jahren noch nicht alle LCW-Zeitschriften auf voll Open Access umgestellt. So lange will keiner Hybrid zahlen. Es gibt eine weitere Studie, die auch vom Welcome Trust mitfinanziert wurde, die sich den Open Access Markt im Ganzen angesehen hat und ihm auch festgestellt hat, es gibt kaum Anzeichen dafür, dass irgendwie ausgeglichen wird, dass wir Subskriptionen und Open Access Gebühren zahlen. Es werden kaum Journale auf Open Access umgestellt. Wir zahlen im Schnitt doppelt so viel für Hybridjournale nach dieser Auswertung wie für klassische Open Access Journale bezahlen und deren Fazit ist, der Hybridmarkt ist extrem dysfunktional. Das ist ein deutliches Zitat. Die Universitäten haben sich auch zum Herzen genommen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Transparenz haben kann. Ich habe diese Links hier einfach nur eingefügt, damit Sie nachher vielleicht mal drauf klicken können. Eine ganze Reihe britischer Universitäten machen inzwischen ihre APC-Payments öffentlich. Wir waren einer der ersten. Wir haben bis zum Jahr 2006 zurück alle APC-Payments öffentlich gemacht, wo man nachsehen kann, was wir wann wie viel gezahlt haben. Und das geht inzwischen auch in Analysen ein in der britischen Open Access Community. Es wird noch eine weitere Menge an Material veröffentlicht werden. Die Research Councils haben gerade eine unabhängige Review für Open Access losgetreten und alle Universitäten gebeten zu sagen, wofür habt ihr Geld ausgegeben, was habt ihr bekommen, was sind eure Erfahrungen. Abgabeschluss ist diesen Freitag. Ich kann deswegen noch nicht sagen, was rausgekommen ist, aber ein Journal, das Research Fortnight heißt, hat einen Freedom of Information Request an Universitäten losgeschickt und die haben also festgestellt, dass im Schnitt 84% des Geldes von denen, die schon wissen, wofür sie ihr Geld ausgegeben haben, auch an Hybridjournale gegangen ist. Und die haben auch festgestellt, dass die Universitäten, die checken, ob die Verlage tatsächlich das geliefert haben und für sie bezahlt haben, dass die in 8% aller Fälle finden, dass die Universitäten nicht das bekommen, wofür sie Geld ausgegeben haben, dass ja immerhin Geld aus Steuermitteln ist. Ich kann hier mal am Beispiel nur eine Antwort von den Kollegen von Edinburgh zeigen. Die haben tatsächlich ihre Daten schon verfügbar gemacht. Die glauben, dass sie im Ganzen 680 Artikel veröffentlicht haben, die aus Fördermitteln vom britischen DFG-Equivalent kommen. Davon haben sie 246 Gold verfügbar gemacht und haben dafür im Ganzen fast 400.000 Pfund gezahlt. Ich kann unsere Daten noch nicht öffentlich machen, weil die momentan noch im Komitee sind. Ich kann aber sagen, dass wir im Ganzen mehr Gold Open Access Artikel veröffentlicht haben oder bezahlt haben, als die Universität Edinburgh hier angibt, im Ganzen überhaupt von Mitteln dieses Forschungsförderers veröffentlicht zu haben. Nach unseren momentanen Daten ist es so, dass ungefähr 80% der Journale, für die wir zahlen, Hybrid sind, die über 85% unseres gesamten Ausgabenvolumens ausmachen. Und in unserem Fall ist es so, dass die Hybrid-Journale 50% im Durchschnitt mehr kosten. Und dass hier jetzt die aktuellen Zahlen stehen, müssen wir auch mal kurz überspringen, denn bis Freitag kann ich die nicht weiter teilen. Also eine der wichtigen Botschaften, und das können Sie sich jetzt schon ausrechnen, in meinem Resümee, auf der Seite Bad & Ugly ist, dass wir ein Problem haben mit Hybrid-Journalen. Um es nicht ganz so traurig zu machen, habe ich, das ist in England gute Tradition bei Folien, noch ein kleines Katzenbild mit eingefügt. Aber im Ganzen ist meine Zusammenfassung, zumindest nach der Zahl der Bullet Points, nicht so besonders erfreulich. Das eine, was ich sagen will, ist, das ist auch schon deutlich geworden aus meinen Ausforderungen, wir brauchen ein besseres Verständnis der gesamten Kosten für Open Access, damit wir tatsächlich in der Lage sind, zu sagen, was kostet uns Grün nicht nur an Arbeitszeit, was kostet uns an Systemen, was kostet uns Gold, nicht nur an APCs, sondern was kostet uns auch auf der Verwaltungsseite, um dann wirklich in der Lage zu sein, mal informiert durchzurechnen, für ein ganzes Land zum Beispiel, was rechnet sich denn finanziell. Für Großbritannien hat sich niemand die Mühe gemacht, ungefähr 140.000 wissenschaftliche Artikel werden in Großbritannien im Jahr veröffentlicht. Ungefähr in der Gesamtsumme, wissen wir es, zahlen wir 163 Millionen Pfund im Jahr für Zeitschriften und wenn man zu aktuellen Preisen das hochrechnet, müssten wir für Open Access voller Umstellung 245.000 Pfund zahlen, äh, 245 Millionen Pfund, das sind 81 Millionen Pfund mehr, als wir aktuell gerade für Subskriptionen zahlen, was für diejenigen, die sich gedacht haben, Open Access wird uns vielleicht helfen, die Kosten unter Kontrolle zu bringen, ein kleiner Schock gewesen ist. Ich habe schon von den britischen Verlagen gehört, die gesagt haben, man kann jetzt nicht erwarten, dass diese 80 Millionen Pfund-Differenz alleine von den Verlagen aufgebracht werden sollen. Das heißt, deren Annahme ist tatsächlich, wenn wir auf Open Access umstellen, dass wir näher an den 240 Millionen Gesamtkosten liegen, als an den aktuellen 160 Millionen Pfund und landesweit kann man sagen, das Geld ist nicht im System um das zu bezahlen. Das liegt nicht zuletzt, ich habe es noch einmal zwei Ausrufezeichen festgehalten, an den Hybridjournalen, die für uns rundherum ein Problem darstellen, auch im Service, den sie den Forschern bieten, in den Umfragen, die wir unter Forschung gemacht haben, kommt immer wieder klar raus. Gold Open Access-Journalen sind einfach in der Handhabung, nicht perfekt, aber relativ einfach, Hybrid macht uns Schwierigkeiten. Ja, der gesamte Prozess muss also, das kann man aus unseren Daten jetzt sehen, muss effizienter und deutlich billiger werden, um überhaupt über ein ganzes Land drüber gestürt werden zu können. Um jetzt nicht ganz negativ zu enden, kann ich vielleicht versuchen, das ins Positive zu wenden. Wir haben diese ganzen Probleme, aber wir haben tatsächlich in Großbritannien jetzt auch durch die Half-Key-Policy die einmalige Chance, dass wir tatsächlich zu einer 100% Green Open Access-Kultur über die ganzen britischen Universitäten umschwenken können. Das wird uns Personalmittel kosten, aber es wird deutlich billiger sein als die Personalmittel und die Ausgaben für Gold. Und ich hoffe, dass, wenn das tatsächlich mal landesweit etabliert ist, Open Access für die Forscher auch deutlich mehr Business as Usual wird und tatsächlich sich diese Gewöhnung heranstellen. Wir vielleicht irgendwann dann tatsächlich sagen können, wir zahlen Gold-APCs nur noch für tatsächliche Gold-Journals, weil alles andere haben wir sowieso im Repositorium und es macht keinen Sinn mehr. Und das ist also jetzt die längerfristige Hoffnung, die ich Ihnen mitgeben kann. Danke. Herzlichen Dank, Herr Reimer, für diesen sehr interessanten Vortrag. Wir haben jetzt noch sieben Minuten Zeit. Das heißt, ich würde sagen, vielleicht zwei oder drei Fragen kriegen wir noch unter. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Sie sind ja in einem Zeitalter kaputtiert worden, wo wir in Deutschland mit unseren kleinen Integrationsfonds so 60.000 bis 100.000 Euro im Jahr uns erst langsam anwählen wollen. Also, kürzer Kommentar. Und man kann mit Ihren Erfahrungen nur weiterhin unsere Forschungsförder an den Rücken in Deutschland bestärken, den Rückenstärkern auch sie einreden, dass man diesen Wahnsinn bliegt, den Bereich von Open Access Forderung nicht einreden. Sehr eindrücklich, die rote Liste, ja, alles was schlecht ist, was einen riesigen Verwaltungsmeeraufwand macht, beschränkt sich total auf den Blick, abgesehen von ideologischen Problemen, die man hat. Also nur ein Plädoyer, dass wir die GFD stützen und auch die Ad-Hoc-Allianz, die Allianz-Agees und die Positionslehmers rausgeben, dass das auch in diese Richtung argumentiert wird. Weil sonst landen wir in Ihrer Richtung und vielleicht haben Sie dann das Meer schon durchteilt und sind dann wieder betrügen angekommen. Also ich denke, Deutschland kann sehr viel aus Ihrer Erfahrung lernen. Ich würde natürlich hoffen, dass da, wo wir Fehler gemacht haben, nicht andere Länder diese Fehler nochmal wiederholen. Es reicht, wenn wir sie einmal machen. Vielen Dank. Man kann Wissen nicht trainieren, indem man nur Papers in die Welt wirft, wie Spielkarten. Das ist einer Textbuch schreibe. Wird das honoriert? Also wir sind eine Ausnahmefahrung in den britischen Universitäten, weil wir rein auf Science, Technology, Engineering und Medizin spezialisiert sind und da am Wissenschaftsdiskurs spielen Monografien fast keine Rolle. Das ist nicht etwas, was wir als Universität vorgeben. Das macht die Wissenschaft in dem Bereich selber. Es sieht natürlich anders aus bei unseren Kollegen in Oxford und Cambridge, mit denen wir intensiv zusammenarbeiten. Die raufen sich die Haare über die Frage. Wenn wir mal auch verpflichtet sind, alle unsere Monografien Gold Open Access zu machen, wie sollen wir denn das bezahlen? Das heißt, das hier ist kein Plädoyer für das Buch, es ist ein ganz pragmatischer Ansatz. Wir müssen unterstützen, was unsere Wissenschaftler veröffentlichen. Wenn die mehr Monografien veröffentlichen wollen, dann werden wir sie auch da unterstützen. Momentan ist es aber ein sehr kleiner Ansatz und keiner der britischen Forschungsförderer im Moment gerade verlangt, dass Monografien öffentlich gemacht werden. Der Welcome Trust wird sehr bald tun und dann werden wir auch mit denen zusammenarbeiten, um die wenigen Monografien, die es bei uns gibt, mit Welcome Trust Funding natürlich auch Open Access verfügbar zu machen. Ich muss mich dazu sagen, ich bin selber Historiker und ich habe mit frühneuzeitlichen Büchern promoviert. Also ich bin mit alten, halb verrotteten Büchern sehr glücklich, aber in der praktischen Arbeit spielen sie momentan keine Rolle bei mir. Ich würde interessieren, welche Auswirkungen es aktuell hatte auf Erwerbungsetat. Also wir haben jetzt ein bisschen so eine Auswirkung gegeben, aber was ist da bisher passiert, hat man wirklich was abgestellt, wenn man so viel Geld in den OAS steckt. Ich meine, das kann das anderen tun, aber trotzdem muss es ja eigentlich eine Auswirkung haben. Es hat keine Auswirkungen auf den Erwerbungsetat, abgesehen davon, dass der Erwerbungsetat jedes Jahr weiter steigt. In Großbritannien verhandelt JISC für die Universitäten mit den Verlagen und wir haben jedes Jahr Steigerungen, die höher sind, als wir sie gerne hätten. Das meiste Geld, das wir in Open Access stecken, kommt nicht aus Bibliothekstöpfen und wir können im Moment bei uns die Subscription Deals nicht reduzieren, weil unsere Wissenschaftler extrem stark mit diesen Materialien arbeiten und die werden nicht glücklich. Die Hoffnung wäre natürlich, dass wir irgendwann Offsetting Deals mit größeren Verlagen bekommen. Ich habe mit einer Kollegin von Wiley gesprochen gestern, die gesagt hat, es ist was in der Vorbereitung, dass also wir Rabatte bekommen, entweder für die APCs oder was wir uns wünschen würden für die Subscriptionen. Dass also je mehr APCs wir zahlen, die Subscriptionen runtergehen und wir irgendwann das gesamte Geld einfach umschichten können. Aber auch da gilt, 17,5 Millionen Pfund, was wir im Ganzen zahlen müssten, für 100 Prozent Gold, ist höher als unser gesamter Bibliotheksetat für diese Erwerbungen. Es darf nicht genau sagen, wie hoch er ist, aber wenn man bedenkt, LCW 1,3 Millionen Pfund, dann kann man ja ungefähr beschlagen, in welcher Größenordnung wir im Ganzen liegen. Es passiert, glaube ich, bei keiner britischen Universität. Es gibt entweder kein Geld für APC oder es kommt aus staatlichen Mitteln und die Bibliotheksetats für Subscriptionen werden nicht angetastet im Moment, auch wenn wir gerne würden. und die Bibliotheksetat für die